Gehen wir nach rechts, zack, Martina ist weg. Die Energiefahrlampe, da waren wir schon. Sven hat uns doch dahinter geführt. Alter, los! Da lang! Ja! Wir wollen ja gehen. Ist vielleicht besser. Ich verruhe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ausgegeben will. Ich hab das sehr klub. Ich hab das gegenseitiges Flühen, der ich hier noch nicht möchte. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich habe das mit dem Flühen, ich bin dran. Durch die grüne Halle. 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 Aber da geht es noch weiter. Ja. 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 Nein, doch nicht mehr. Komm jetzt! Ja! Ja! Ich mach mal Pause zum Drink. Fass hier den Schatz. Ja. Ich möchte Emil. Ein bisschen links bleiben. Geh mal quatschen. Okay. Mama! Mama! Da ist auch angefangen. Wir fangen erst an. So. 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 Jetzt kommt der Papa raus. Ereft? Schuss. Hier. Entschuldigung, ich meinte. Kommt hier, meinte ich. Moment, ich muss erst verstaunen. Papa, du wirst die Filme. Ja, ich weiß. Jetzt kommen wir uns wieder los. Einfach? Einfach. Hier. Wir müssen links. Wir müssen links. Wir müssen links. Guck mal, wir haben schon Halle. Wow. Wir nicht. Der Ausgang ist geradeaus. Wir suchen die Blume. Viel Spaß. Danke. Wo ist das? Ja, genau. Immer die Richtung. Wir haben die Blume. Super. Aber immer links. Aber immer links. Immer links. Ja. Wie ihr Lieben, waren es gerade. Ist hier ein Stapad? Mama, das ist die Blume. Ja, super. Ja. Na immer hin. Wir haben die Blume. Klasse. Jetzt ist das Abenteuer. Wir haben die Blume. Warte, jetzt. Mit Tiny Cut. Mit Tiny Cut. Mit Tiny Cut.